hallo und willkommen zu einer neuen folge von pkxd leute es ist immer noch das low gravity event oder zero gravity event und leute team blue also team blitz team flash hat 31 team wollte es und team flame hat 30 leute leute für die die noch nicht dabei getreten sind tretet jetzt team flame bei bitte 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 leute mit wir noch gewinnen weil die sind auch schon bei der hilfe und das wäre schade wenn die gewinnen und leute aber in diesem video kaufen wir endlich diese restung wie versprochen und wir kaufen sie in drei zwei eins und aber guckt leute es hinterlässt sogar spuren als ob und beim springen sieht es voll cool aus so eine springen animation man ist beim sprung sogar schneller werden man springt das ist krass und was kann das jetzt eigentlich die eigentliche kraft als ob das ding kann fliegen du kannst mit dem teil fliegen und zwar richtig lang dass hier dann meine rüstung die sich richtig lohnt als ob weil ich habe ich weiß nicht ob ich die gerade eingespeichert habe habe ich nicht wir kommen kurz wieder runter jetzt und ich habe nämlich noch eine rüstung das ist die und mit dieser rüstung können wir nur so machen und nur ganz kurz fliegen aber dafür danach nicht direkt wieder aber es lohnt sich aber es ist nicht so toll wie jetzt diese schwere losigkeits rüstung deswegen kurzen wir die weil die besser ist und zack die ist richtig cool wartet leute noch kurz das ding weg und jetzt leute lasst erstmal lasst erstmal bei crazy run mitmachen oder halt bei dies es ist crazy run und für die die es nicht kennen das ist ein parkour und wenn wir da jetzt mal mitmachen vielleicht sind wir da richtig krass weil wir sind schnell beim springen und wir können fliegen deshalb überpowered wenn man das kombiniert okay dann spielen wir mal eine runde freezing fahren nicht freezing fahren crazy run leute dieses das sollte so krass sein eigentlich richtig krass und hier sind wir hier sind doch meine fans leute hier sind fast alle team flame oder vielleicht sogar alle in dieser lobby das sind die richtigen fans und zack alle sind team flame und zack zack wir fliegen ins ziel und zack wir haben es geschafft vierter platz zack und jetzt sogar noch dieses okay und diese rüsten ist richtig richtig krass und wir gehen raus aber Leute das ist echt eine coole rüstung weil es hinterlässt spuren wenn man springt ist man schneller und man kann sogar noch fliegen hoch springen und fliegen zack und du fliegst mit der zeit auch immer höher das ist auch richtig krass noch weil hier bin ich jetzt einfach ich bin hier oben drauf ich war da oben drin das ist ultra cool aber leute ich würde das mal sagen wenn euch die folge gefallen hat dann lasst gerne ab und like da probiert diese rüstung unbedingt auch aus bis zum nächsten mal haut rein ciao tschau tschau tschau